Guck mal, da ist Junis. Oh, Junis, Bruder! Oh, Jungs, was geht? Alles gut? Oh, es geht nicht. Was geht ab, Jungs? Alles klar, Mann? Oh, Bruder, läuft bei dir YouTube Money und so. Ich sehe schon wieder neue Kiste. Ja, Bruder, was soll ich sagen? Man läuft immer besser, weißt du? Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich fahren soll, Alter. Ja, Mann, krasser Typ, Alter. Aber, Bruder, hast du nicht mitbekommen, was mit YouTube passieren wird? Was denn, Bruder? Was soll denn passieren, Mann? Stimmt, Bruder, du hast recht. Hast du nicht mitbekommen, Junge? Du bist am Schlafen. 2019 werden alle YouTube-Kanäle gelöscht. Alles wird gesäubert. Artikel 13, Junge. Du bist am Pennen. Was laberst du denn, Mann? Was habt ihr für Probleme? Einer wie du wird gelöscht machen. Was redet dir, Mann? Geht immer beide normal arbeiten. Ja, ich mach meinen YouTube weiter hier. Was für ein Männchen hier, ja? Sure by God. Was haben wir getan, Mann? Warum hast du mich nur verlassen? Wieso? Was soll ich nur Blut ohne dich machen? Und wir hatten noch vor, die Million zu knacken. Wir hatten noch so eine schöne Zeit miteinander. watching Adam Toof cam. Mal在ämä. Was schuldig? 2-jähden- Zeig, was du drauf hast! Gib alles! Gib mir alles was, Digga! Gib mir Geld, Alter! Ich brauch Geld, Alter! Hey, hey, hey! Was tut's mit dir? Du sollst... Du sollst... Du sollst... Du sollst... Hör mal dein Geld, ey! Lass mal deine Filme! Lass mal deine Filme! Filme! Du sollst dir vorsichtig lassen! Hä? F***! Au? Die Stimme sehen... auE! Au?! Ich... Ich kann diese Tone nicht... Au, au Ergebnis! Oh, oh. Oh, oh. Judas? Ich muss mich nicht zusammenreißen. Ich weiß nicht, ich will dir nicht lachen. Das ist kaputt. Der wollte doch ernst. Der wollte doch ernst. Bruder, wir sind fertig, Bruder. Wir machen jetzt einmal Cholania, Cholania, Bruder. Einmal Cholania. Sag mal, spinnen Sie völlig, oder was? Das ist Körperverletzung. Was machen Sie da überhaupt? Dafür zeige ich es dir an. Bruder, bist du eine Frau oder ein Mann? Ist der arabisch Masachi? Walla, Bruder. Komm her. Alles gut, Bruder. Alles gut. Keine Anzeige. Keine Anzeige. Arabische Massage. Jede. Walla, du lacht, das war's von der Zeit geh. Du wolltest alleine lassen. Waaah! 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 Nein, Mama. Yab nie, komm mal hier! Alles, wir gehen hier! Ich kann... ...er... ... wie ausziehen. Ach, alle... ... moin,nen ausziehen oder was? Ey, lass, ich geknallt. Ich fühle mich doch meine Zähne, man... Sandra? Was, Sandra, Mandra? Yabnel kera! Ich habe das nicht! Ich habe das nicht, ohne mich! Lass mich, lass mich! Lass mich! Ich habe das nicht, ohne mich! Ich habe das nicht! Ich möchte mich, lass mich! Hm! Ich hab mich, lass dich! Ich hab dich, lass mich, lass mich! Ich hab dich, lass mich! Alles Gute, Junis. Ey, wohin gehst du, Bruder? Wohin mit dir? Bruder, ich muss los. Du machst das schon irgendwie. Hau rein, Juni. Ey, Bruder, warte doch mal. Was soll das mit mir werden? Bruder, was soll ich machen jetzt, ja? Bruder, du machst das schon. Du hast doch eine Ausbildung gemacht. Nein, Bruder, was für eine Ausbildung? Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe direkt mit YouTube angefangen, Bruder. Dann sieht es kritisch aus für dich. Bruder, aber warte mal, Bruder. Ey, was soll ich jetzt machen, Bruder? Ey, Bruder, kannst du mich schon nicht alleine lassen, Mann? Das machst du schon, Bruder. Ey, Bruder, wartet doch mal alle. Ey, wohin mit euch? Ey, hallo? Hallo? Ja, was trübelst du so rum hier? Was? Ja, guck dir mal die Toiletten an. Mach mal ordentlich da. Habibi, was redest du? Sei mal ein bisschen dankbar. Wegen mir kommen mehr Leute zur Toilette. Ey, Kollegen, es ist mir völlig wurscht. Ich will, dass hier alles glänzt, aber Dali. Was? Dali, Dali? Habibi, meine Toilette ist berühmter als dein Laden. Die Leute kommen extra hier rein, um auf die Toilette zu gehen. Ja, überleg gut, bevor du mit mir redest. Du weißt, wie du hier eingestellt hast. Junis Jones in der Toilette, Habibi. Pass mal auf, was du sagst. Dann spür ich deinen Junis Jones gleich mal in die Toilette runter. Wenn du jetzt nicht ordentlich arbeitest, dann sitzt du wieder auf der Straße. Ja, also, los. Ja, ja, ist okay, ist okay, schlimmer. Was für Straße, sag mich sowas. Ist okay, ich mach das schon hier. Worauf waltest du, fang an. Hey, 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 wohin, wohin, mein Freund, wohin mit dir? Willst du mich anbringen, hä? Was, hä? Ich war doch toll, ich wusste, ich wusste, kacke, ich hab dich auch schrattet, ich spiel. Ja, ist mir doch egal, Habibi, wofür bin ich hier, was mach ich hier, mach mal Geld, tue mal Geld. Ich hab dein Geld, mein Freund. Ja, ich hab auch kein Geld, mein YouTube-Kanal ist weg, alles ist weg. Mein YouTube auch ist auch weg. Ist mir doch scheißegal, aber wer ist die Gase am Putzen, Habibi? Na, Habibi, ich helfe dir auch arbeiten, ich helfe dir, wo ist dein Chef? Sag mal, nein, nein, such dir eine eigene Toilette, ich arbeite hier, Habibi. Wie soll ich mir eigene Toilette suchen? Ja, such dir eigene Toilette, ey, wohin, gib Geld, Mann, was redest du da? Mein Gott, du wirst immer, guck mal, mein 20 Cent, ich wollte mal Bonbons holen. Was für 20 Cent, ich gebe mal 50 Cent, Mann. Seid doch so friedlich, was ich dir gebe. Meine Fresse, dann gib mal, ey, hau ab, Alter. Ich will auch arbeiten, mein YouTube-Kanal. Ja, hau ab, Alter. Was, ein Mensch, ja? Was? Oh, Jonas, Bruder! Wie war das? so meine freunde genug gelacht ich hoffe das video hat euch gefallen und jetzt nicht wegschalten denn ich habe euch was ganz ganz wichtiges mitzuteilen das geht hier an alle jugendliche an alle fans und alle supporter da draußen es geht hier darum dass die meisten von euch alle schon keine ausbildung mehr machen wollen alle nur noch youtube machen wollen und 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 ich meine wie viel uns natürlich geehrt dass das ihr uns als vorbilder nimmt und so weiter und so fort nichtsdestotrotz wie ihr sehen könnt mit der geschichte youtube geschichte hier artikel 13 cp internet wie auch immer dass das ganz schnell mal auch zu ende gehen kann und da muss man was im petto haben da muss man natürlich sagen ich jetzt als beispiel habe ich meine berufsausbildung abgeschlossen absolviert und kann wenn es mal hart auf hart kommt immer noch darauf zurückgreifen und ja daher deswegen sage ich euch allen bitte konzentriert euch auf die schule ist natürlich sehr sehr wichtig und macht eure ausbildung und danach könnt ihr immer noch nach immer noch gucken ob wir ob ihr youtuber werden wollt oder nicht immerhin hat es bei mir geklappt ich habe es nach meiner ausbildung gemacht alles ja in dem sinne wie gesagt bitte konzentriert euch auf die schule sonst läuft gar nichts ich sage in dem sinne glocke aktivieren glocke aktivieren falls mal youtube bald tschau sagt ja freunde und folgt mir auf instagram ganz ganz wichtig in dem sinne bis zum nächsten video euer jones jones watme hashtag save your internet bis zum nächsten video peace